Fallschirm! Wo ist mein Kabel? Scherz, Kontrolle, ich hab kein Glück mit der Kontrolle. Oh, und Kabel ist pink denn nicht? Ein paar Kontrolle und dann automatischer Fallschirmeinsatz. Die Ausbildung ist vorbei. Zeit zu sehen, was ihr gelernt habt. Nur weil du Asiaten spielst ganz viel lang keine Kung-Fu. So, was haben wir gesagt? Kommt die Kontrolle? Ich glaube, weiter Kontrolle habe ich gesehen. Automatischer Sprint. Und darüber, glaube ich, war das. Wo steht automatischer Sprint? Ich hab vorher vorbeigedrängt. Darüber habe ich auch Fokus verhalten. Na, wer? Na, wer? Ja? Wo steht automatischer Sprint? Äh, Kontrolle? Ich hab da keinen Fokus verhalten. Ich hab da Tauchen darüber. Ich hab Tauchen, automatischer Fallschirmeinsatz, Springtür anrennen. Okay, das muss ich dann draußen schauen. In die Sicherheitszone beginnt. Habt ihr was markiert? Ne, ne. Warte, ich markier schon. Warte, ich markier schon. Warte, ich markier schon. Springen ist er ziemlich um oder ziemlich unten? Springen? Springen? Automatisch springen. Automatisch springen. Das haben die Kängurus einbaut. Ach so. Weil wir in der Wüste sind. Die drücken einmal der R1 und springen sie automatisch. Muss ich da nachher nochmal schauen. Dann haben wir auf jeden Fall noch ein anderes Team. Aber weiter weg. Na ja, im Nebengebäude. Na ja, der ist direkt unter mir. Wollte ich jetzt sagen, einer ist im Nebengebäude gelandet oder so. Ich hab's gefunden. Die vorrangige Aufgabe ist, dass alle Ziele auszuschalten. Scheiße. Stottel bin ich direkt zu den Sprungen. Ja. Ja. War ich gemerkt? Wie viel schießt irgendwo alle? Ich weiß nicht irgendwo wo. Den habe ich den an. Den Norbert Gehirn. Okay. Ich wollte es jetzt nice machen. Dass sie nicht irgendwo nachsteigen, aber... Ja, das ist... Soldaten! Eure erbärmliche... Wollen wir aber eher lang. Wollen wir aber eher lang? Ja. Wir können sich nur auf eine Art zurück. Wir kommen... Außer meine Wache tötet euch zur Verlustigung. Aber den Auftrag hat er genommen, gell? Ja, auf jeden Fall keinen mehr. Ja. So. Eure... Eure... Neu... Sein Hof wurde hier raus. Halt sie bereit! Oh, oh... Jetzt habe ich mir jetzt in die Startlinkschance. So Alltaten! Genau. Ouuuuuuh. Na, und ... Ich bin so auf 1000. da steht wirklich was von fahrschirm beim controller erweitert noch immer controller erweitert nicht bei controller nicht bei controller bei controller erweitert noch immer noch aber du willst dich dort nicht finden bei erweiterte controller einsteigen ist ja ich gehen kann im rennen von controller und dann dort auf erweitert genau und dann hast du es hier ist beute hier ist beute hier ist beute alter automatisches luft klettern boden klettern da muss ich auf aus und gibt es hier kein geld man ich habe eine 3er weste markiert festungen lokalisiert die ziele sind auf der taktik hat einer von euch bei mir rum bei mir ist einer bei mir kommt bei mir rennt einer um ist aufpassen jetzt hier unten in der garage wo ich bin dass da ist auch einer gerade gelandet wo steht denn von mit dem fahnenkreuz kommt ja ich mache das unter mir aber da ist unter mir auch einer drüben im haus ist auch einer gelaufen rechten haus im braun einen grünen so alle können vielleicht grünen wir auch einer wie man den fahnenkreuz zum punkt ändert ja das gibt es auch in den einstellungen irgendwo da ist auch einer drin im blauen haus habe ich das ist noch einer in dem weißen ist noch einer ein 4 die muss ich also tauschen ich habe die fände dran aus ui irgendwo von diesen ölen fässern da hinten ist einer weg da ran irgendwo da hinten beim schocker weil da oben war ok jetzt keine platten mehr oben auf dem silo steht einer auf welchem auf dem linken er steht auf einem großen silo er snapped auf mich ich habe keine platten mehr jetzt er hat ihn abgezogen er liegt hab ihn auf 107 Meter das ist auch nochmal super na der da oben ist auch wie vertot hast du die beste gefunden ja die habe ich ok äh da ist noch einer alex zwei stück zu deinem haus hin pass auf hinterm äh da ist noch einer hört sich ein täter das haus rum und in der ja hab mich mal gucken ob ich an ich auch noch ein paar jetzt drin glaube ich er warte irgendwo der kommt noch einer links Achtung dieser Sektor hast du dir auch noch einer rum pass auf gibt es halt auch sprinten brille bricht nachladen ab da ist halt einer nein keine Ahnung die verbarikern diese in dem weißen haus wieso kann ich die panzerplatte nicht aufheben danach wird vielleicht voll ja da hieß dann im regal im weißen haus die kann man nicht aufheben die wurde ja auch schon ah wollte ich sagen ja die haben wir dann gelandet ok ich hoffe ich komme zurück ich will dich drin halten ich will dich drin halten ich will dich da ja bin ihr das ihr seid so über dich wenn du bist mehr drin sollen wir rüber gehen oder wollte hier drin bleiben ich lande bei ingo dort ich weiß nicht vom schießt dann mach mal hierbei dann ist morgen die hocken beide oben im weißen gebäude ist er da runter gesprungen wer ist fluch und ton mein nerf und vor allen dingen heißt du nicht fluch entton habe ich falsch gelesen ok fluch flucht entton ich hab ja mal waffen wieder fluch entton über sein auf dem dach oder flucht er wollte erst heißen flucht ente ich sage immer fluchten ton fluchen fluchen ton ja ich bin auch tot ich habe jetzt nicht sehen wo der genau war gulasch ich bin ein im the night im the king 94 bin ich mit drin im the night im the night hallo du da wir prüfen hallo der wolfe kann schatzen triss steine du arsch du hast alles mehr ne ich war ja schon ne ich habe Niederlage ich habe Niederlage aber ich habe letztens noch mal geschaut Ingo es ist gestanden dass unser team eliminiert war wie ich dann dort rausgekommen bin ja aber der teammate hat trotzdem überlebt dann das team war ja von unserer eliminiert aber der afran teammate hat den Gula gewonnen achso und dadurch ist Ingo aus dem Gula rausgekommen ja sicher das ist ein Team das ist ein guter Auftrag da ich habe Kulak Niederlage gehabt und ich habe Kulak Niederlage gehabt und ich bin ja schon einmal zurückgekommen du willst denn auf der Bohrinsel da ist das Schiff da ist das kleine Bohrinsel eine verschiffte Bohrinsel ganz von der Wunde an Schiffen gehen Klingling Toll die drei Platten ach ne die ist nicht voll ne automatisch na aber ich kann sie mitnehmen haha so so gerade im Kreis ja ja so ich habe schon 700 Uhr und dann ist es ein safe Knacker die geben wir mal Geld da 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 in Pontot aber sehen wird man nicht wirklich ich will mir jetzt nach zero steig aufs boot schnappt ihr das geschützt und mehr der ganze tiefen und vorsicht auf die halle einfach schwimmen nein er wird ja beschossen das gas weitet sich aus sicherheitszonen verlegt das rote fass muss den ganzen orangenen schiessen wiii fat cash Oh Gott hat hier einen Schäfchenknacker markiert. Du erhältst deine Ausrüstungslieferung. Ein Schäfchenknacker. Ein Schäfchenkacker. Ah gell, das ist halt echt meine Ware. Ja. Über die Aufräger. Kleine Wiederbelebung ist das Tod, oder? Ich habe zwei Kisten, da habe ich noch kein Geld drin. Da kann man noch zwei Segel, da kann man nichts kaufen, ne? Einen von euch, oder? Nein, vier bauen. Nein, vier brauchste. Kasse Kasse. Ah nicht. Kasse, genau. 4.000. Da ist ja noch Geld. So, ich komme im Shop. Der Shop ist gleich beim Safe Knacker. Da ist ja noch alles. Da ist ja noch alles. Das war die Tankstelle noch. Da sind vielleicht auch Dings drin. Kassen, ne? Da kommt. Ja. Ich bin los. Oh nein. Ich bin los. Ich bin nack. Ich bin mit einem Schall. Ich bin los. Oh nein. Da ist ja noch Geld. jetzt hast du 23.000 das ganze geld weg keine ahnung von 23.000 wo jetzt der schock da ist kann ich dir nicht sagen da vorne nicht offen danke danke man kann ja eine vorwärtslieferung eine krone wäre egal aber dann wissen wir zumindest augeinander nähe wir haben welche wir haben welche im nebengebäude ist der hallo hinter uns gegner und ich glaube ich habe einen falschen herr siehst du ja der karten google gemacht ist auch wieder in die zone ran ich habe meine panzerungskiste gekauft wenn ich eine panzerplatte möchte ach ja und ich kann noch eine weste droppen wenn einer eine weste will ich will hier mal eben die weste hin ich bin aufmerksam brauche ich eine panzerplatte gott steht hierbei noch habe ich drei ich habe auch noch drei da springt er nach dem gebäude ist überhaupt nicht offen jetzt müssen irgendwie da rüber kommen Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten! Stimm hier! Da drüben Feind! Bei dem Gebäude! Lauf da drüben! Alle in die Häuser, in die Häuser, bloß drinnen bleiben! Wow! Ich bin von irgendwo gesagt worden, vielleicht zweimal aber. Boah, ich habe keinen Schuss gehört. Das Gas kommt näher! Neue Sicherheitszone wird markiert! Einer ist hinter euch, auf jeden Fall! Da unten! Markiere Feinde! Habe den? Nein, noch nicht. Ich höre den hier an der Tür. Wir müssen da noch nicht. Er ist ein One-Shot! Oh, Alex! Draußen! Oh, er doch! Oh! Fuck! Ah, Norbert ist tot. Ich bin ganz tot, ja. Ja. Wir müssen aber jetzt sagen, wir kriegen einen Merzerschock auf dem Deckel. Achtung! Ah, ich sehe einen Scharfschützen! Ich habe einen Scharfschützen! Ich habe einen Scharfschützen! Ich habe was eingesteckt! Oh, das ist euch! Oh, scheiße! Zwei! Aber die müssen dann auch gleich gehen! Gucken wir, dass wir irgendwo noch ein Gebäude kriegen. Boah! Ingo, komm zu mir! Wo bist du? Ich gehe mal ein Stück weiter! Wir nehmen dir jetzt auch, klar! Boah! Fuck, ja! Also das ist ja alles offen! Er hat vom Berg aus geschossen! Das war der, der die ganze Zeit über hinterher gelaufen ist! Ja! Den wir am Haus gesehen haben! Naja, immerhin lebt Alex noch! Top 10 haben wir! Und ich hatte eine Gasmaske! Keine Chance! Wow! Da war ein Berg oben! Da waren glaube ich zwei oder drei Leute rum! Ich bin natürlich der besten Spot! Da oben! Aber Achtung hat sie nur hin! Ja, war nicht schlecht! War nicht schlecht! War nicht schlecht! War gut! Finde ich sogar nicht! Ich habe eigentlich schon verlassen! Ich habe eigentlich schon verlassen! Okay, ich bin nur noch im Spiel drin! Ich habe ihn nicht gelockt! Ich guck auch noch zu! Ich bin von mir laut, ne? Nein! Finde im Einsatzgebiet! Ne, ich darf noch zu schon beruhigen! Okay! Damit es mir nicht rausgeht! Also von mir laut noch! Wieso verletzt das? Dann gehe ich spiele ohne Party, kann das mir machen! Achten nicht von damals zu einem Feind! Vielleicht kommst du dann besser raus.